Stapelchips wie zum Beispiel Pringles werden nicht aus einzelnen Kartoffelscheiben hergestellt, sondern eher so in der Art. Sie bestehen aus einer Kartoffelmasse, die man davor oder danach würzen kann. Auf jeden Fall muss man sie noch formen, am besten mit einem Glas. Es geht ganz einfach und schmeckt zu wild.